Herzlich willkommen bei GAP Holzbau. Wir möchten Sie einladen, bei einem kleinen Rundgang mehr über unser Unternehmen zu erfahren. Vor mehr als 100 Jahren legte der Zimmermeister Josef GAP den Grundstein für das Zimmergeschäft, aus dem die heutige GAP Holzbau hervorgegangen ist. Immer noch als Familienbetrieb wird das moderne Unternehmen heute bereits in vierter Generation betrieben. Mit mehr als 30 qualifizierten Mitarbeitern erschaffen wir täglich Neues aus dem nachwachsenden Naturprodukt Holz. Ausgebildete Zimmerer sowie Diplomingenieure für Holzbau und Bauprojektmanagement, ebenso wie Gebäudeenergieberater, Architekten und staatlich geprüfte Bauneiter stehen unseren Kunden für ihr Bauvorhaben zur Verfügung. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Holzbau sind wir unseren Kunden ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Auch die Realisierung ihrer Projekte liegt bei uns in guten Händen. Dabei ist uns Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit ein überaus wichtiges Thema. GAP Holzbau steht für eine ressourcenschonende und energieeffiziente Bauweise mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe, alles aus einer Hand. Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kunden in ihrem Heim rundherum wohl und behaglich fühlen, indem wir für sie maßgeschneiderte Lösungen nach individuellen Wünschen und Vorstellungen planen und realisieren. Unser Leistungsspektrum rund um den Holzbau. Ein behaglicher und lichtdurchfluteter Wintergarten verschönert und modernisiert ihr Zuhause und schafft neuen Raum für ihre wachsenden Bedürfnisse. Auch in Sachen Carport oder Holzfertiggaragen haben wir individuelle Lösungen, die sich harmonisch und funktionell in die bestehende Architektur einfügen. Wird ihr Heim zu eng, bieten wir fachgerechte Lösungen zur Hausaufstockung. Heute sind energetische Sanierungen wichtiger denn je. Mit hoch wärmedämmenden Materialien reduzieren wir den Energieverbrauch drastisch und damit ihre Kosten. Apropos Energiesparen. Seit mehr als 20 Jahren bauen wir besonders energieeffiziente und sogar Energie-Plus-Häuser, die nicht nur architektonisch ansprechend sind, sondern auch ein hohes Maß an Wohnkomfort und Gemütlichkeit ausstrahlen. Auch ganze energieeffiziente Wohnanlagen in bis zu fünfgeschossiger Holzständerbauweise realisiert unsere neue Sparte die GAP Objektbau. Ein Hausbau ist Vertrauenssache. Wir von GAP Holzbau beraten Sie kompetent und fachmännisch mit all unserer Erfahrungen für zeitgemäßes Bauen und gesundes Wohnen. Stets mit dem Blick auf Nachhaltigkeit und Ökologie. GAP Holzbau – Ihr regionaler Partner.